Hallo, mein Name ist Ruben Innenwald von SanDisk. Wir sind hier in Barcelona auf dem Mobile World Kongress und es gibt ein weiteres neues USB-Produkt von SanDisk, das ich gerne vorstellen würde. Das hier ist der USB Type-C Dual Drive von SanDisk. Es ist der welterste USB-Stick. Was das Ganze macht, ist letztendlich wie unsere anderen Dual Drives, es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite habe ich den normalen USB-Anschluss, damit kann ich den USB-Stick eben mit meinem PC oder Mac benutzen, um Daten drauf zu kopieren. Auf der anderen Seite ist der ganz neue USB Type-C Connector. Das ist im Prinzip das neue USB-Interface, wenn man so will. Das Besondere daran ist, dass man das beidseitig in den Board stöpseln kann. Also wie zum Beispiel ein Apple Lightning Adapter, Anschluss, kann ich den USB Type-C, egal wie rum, immer in mein Gerät rein stöpseln. Das Ganze ist Ende des Monats erhältlich, nennt sich SanDisk USB Type-C Dual Drive und wird in einer Kapazität von 32 GB verfügbar sein. Das Ganze ist Ende des Monats erhältlich, wenn man so will.